Hallo liebe Freunde, hier ist VladdyLP und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Flags Offensive, die zwei Tauben. Ja, wir haben ja, ich glaube im letzten Part haben wir, es ist schon her hier, haben wir hier, da waren wir hier unterwegs, haben dann die Raute hier gefunden und nun sind wir bei diesem, ähm, ja, sozusagen, ähm, Puzzlespiel hier stehen geblieben, ähm, was natürlich etwas, äh, sehr schwer aussieht hier. Setze die Bilder an die richtigen Stellen wieder ein, wieder zusammen, drehe die Kreise und verwende die Pfeiltasten, um die Einzelteile anzuordnen. Ja, das ist ja dann hier. Sekunde mal. Ähm, hm. So, wenn ich das jetzt noch, ne, das geht nicht. Halt, 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 halt. So, jawoll. Und, boah, Hilfe, auf sowas muss man das mal kommen. Nein. Ähm. Das muss da hin. Das da hin. So, okay, das erste Puzzle haben wir fertig. Es sieht eigentlich schlecht aus, muss ich sagen. Oh, hier unten haben wir klar alles. Dann dreh ich mal. Ah, das ist verkehrt rum. Nein. Nein, halt. So rum. Ja, das ist, haha, das ist verkehrt rum. Scheiße. Äh, okay, gut, dann so rum. Dann wechsle ich mal so. Du, 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 du. So, zack. Zweites, fertig. Ja, okay. Ich hätte das mal hier unten machen müssen. Gut, okay, das kann so bleiben. Gut. Ja, ich weiß, das ist etwas Blödes hier. Ähm. Aber so kriegen wir das jetzt mal hier fertig. So, welche Seite ist das jetzt? Das ist, die Seite ist das. Okay. Ähm. Zack. So. Alter, ich werde jetzt mal hier zu drehen. Also hier. Anzuklicken, richtig. Okay, das haben wir fertig. So, das müsste links sein. Was müsste das sein? So. Damit haben wir das auch fertig. Ähm. So. Das haben wir doch gleich fertig. Ich dachte, das wäre eigentlich schwieriger jetzt. Aber es ist eigentlich einfach, möchte ich sagen. Ähm. Sekunde. Das muss so hin. Gut. Mach ich jetzt richtig rum? Ja. Ja, das ist jetzt voll falsch hier. Ähm. Müsste ich mal tauschen hier mal. Nein. Oh, Alter. So, das stimmt. Aber das jetzt nicht. Nein. So, jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich es. Boah, Hilfe. Oder? Habe ich was falsch hier? Ja, okay. Ich bin total dämlich. Sag ich jetzt wirklich. Ich sehe jetzt gerade hier den Hintergrund und... Äh. Mann. Och, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Entschuldigung. Es ist wirklich so, ähm... Nein. Ich habe doch draufgeklickt. So, das haben wir schon mal. So, okay. Das geht auch noch. Nein. So, zack. Habe ich hier und hier. Der Zauberer muss hier hoch. Das Einhorn muss da hin. Sekunde mal. Da hin, da hin. Okay, gut. Ähm. Wie mache ich es jetzt? Okay. Wie mache ich es jetzt? So, das ist jetzt hier. So, das ist jetzt hier. Puh, okay, gut, dass das Salz auch noch an den Hintergrund, sag ich mal, anpassen sollte. Okay, gut, jetzt müssen wir nur noch hier austauschen. Puh, nein. So, und, pah. So, nochmal durchdrehen hier. Hä? Jetzt ist das Bild an der Richtung, wenn ich zusammen drehe die Kreise verwende, die weitesten, um die Einzelteile anzuordnen. Hä? Ist das jetzt falsch? Drehe die Kreise verwende, die weitesten und die Einzelteile anzuordnen. Hä? Aber das ist doch richtig. Hä? So, mal, will das mich verarschen? Es muss doch so richtig sein, oder? Kann ich nicht raus? Äh, nee, das ist mit mir. Hä? Ich hatte es doch gerade dabei, oder? So, will das mich verarschen? Okay. Okay. Aber das war doch richtig hier. Das ist richtig hier. Wieso nimmt er das nicht? Komisches Teil hier. Ähm, Quatsch. Äh, jetzt probier ich's mal noch mal. So, das ist das hier. Äh, nee, das passt nicht. Das muss er dann hier hin. Das da hin. Äh, jetzt baue ich hier schon wieder zu. Ich brauch erstmal hier den Kobold. Muss das in einer bestimmten Rheinfolge sein? Oder, ich weiß, das ist ja halt nicht jetzt, aber... So, zack. So, jetzt ist nur noch das hier. So, das ist dort. Und... Und... Hier. Zack. Und... 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 Nein. Nee, das ist falsch. Fertig. Ja, doch. Nee. Was wollt's denn jetzt auch nicht? Hä? Wie das Spiel mich verarschen jetzt hier? Oder was? Hm. So. Oh, Alter. So, das stimmt jetzt, aber das stimmt jetzt nicht hier. Ähm. Das heißt, das muss hier hin. Zack. Kalt. Bist du jetzt... Ich hatte doch das Kleidchen, oder? Oder war da gerade irgendwo ein Fehler? Ein... Ja, okay. Gut. Eine Biene. Eine Biene. Oh, black. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Verwarten. Hier. Oh, Kälsch voll Honig. Oh, wie süß. Oh. Bitte, was? Der hat versucht, den Schild aus... Alter. Oh. Oh, okay. Oh. Der... ...Pelikernkönig, sozusagen. Okay, das ist so einer also. Boah, es ist so dunkel. Ich kann nichts erkennen, was sich im Inneren befindet. Ja, okay, gut. Da habe ich ein Seil. Huch! Oh. Was denn jetzt? Wieso ist das jetzt... Okay, gut. Ich dachte jetzt... Oh. Hallo. Gehäuse. Seil mit Haken. Käfer. Lichtfänger. Da geht's weiter. Oh. Oh, es ist Krastian und der King's Bride-to-be. Die Prinzessin aus dem Westen. Aber sie sehen gar nicht glücklich. Kann ich mir vorstellen. Hallo. Ah, Countess! Ich war so glücklich, dass Sie bei der Party letzte Nacht zu treffen. Aber heute...